Tiere lieben, Tiere essen, Tiere erforschen, all diese Fragen werden hier auch an authentischem Ort und mit authentischen Mobila, Objekten, Büchern, Schriften dargestellt. Brems Welt bedeutet, dass hier der Pfarrer Christian Ludwig Brehm gelebt und gearbeitet hat, 51 Jahre lang, der eine der bedeutendsten, auch heute noch existierenden Vogelsammlungen zum Beispiel zusammengestellt hat und sein viel bekannterer Sohn, Alfred Edmund Brehm, der das berühmte Brems Tierleben schrieb. Er hat die Tiere mit Gefühlen beschrieben, von seiner Seite aus und auch die Seite der Gefühle der Tiere beschrieben. Wir zeigen euch gerne alles, auch Führungen sind jederzeit möglich, meldet euch und wir freuen uns auf euren Besuch.